Büh! Du Scheiß! Der Spielhof ist ja da hinter dir! Probier's auch noch einmal! Seid's Scheiße! Ja? Ja, ja, fuck. So viel greifen! Und du darfst dich ja gar nicht bewegen oder so beim Todschen. Wow, was tust du? Muss ich geh noch hin und schau. Kann man da einfach hingehen oder was? Ja, aber schau doch, die Tannen tun nix, du bist ja nicht im Kampf. Die Tannen haben wirklich nix. Kannst du durchgehen? Macht Screenshots von dem Scheiß, oder? Ja, voll. Gleich kommt der GM und sagt, sie sind auch direkt. Boah! Boah! Nein! Viel zu arg! Wo ist denn da noch der Flugmaus da mitten drin? Nehmt's mein Target, ich hab's im Target. Probier das jetzt auch noch einmal. Na, sicher. Auto-Hit mache ich nur und dann ohne bewegen, ohne alles am Todschen. Okay. Jawohl. Beschwören. Ich glaub, sie hat wieder zwei beschworen. Ich glaub, wenn du ein bisschen deine Kamera bewegst beim Todschen kannst... Ja, voll, da sind wieder mehr. Jawohl. So ein Scheiß. Achsel. Keiner kommt mir weg von da. Na. Ha-ha-ha-ha. Geballert der eine Hand dazu, nicht beschehen. Neuerer. Neuerer. Höh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Du bist du bei einer, oder sei? Neuerer. Er kann's den tun, wenn du mögst. Ja, ok. Toine, es sind schon so viel. Ich bin drauf. Alter, fuck. Fuck. Ja, wie dann machen wir das jetzt noch? Wie ist das Bio-Kack? Bist der Serverzaun bricht. Ja, voll. Darf ich vielleicht schauen, schon. Weil das sind so viel. Fuck, Alter. Schieß wieder. Na, sie haben eine. Na. Ulle, dann bist du dir gekommen, meine. Ah, da muss ich meinen Target haben. Na, boah, ich weiß ja, wie's heißt. Aber das ist die Rap-Kost schon wert. Nein, da sterben ein paar immer wieder. Sind wir so weit. Und da, da ist der Fall. Ja, ich weiß ja, wie ist das? Ja, wer ist das? Ja, ich weiß ja, wie ist das? Ja, ich weiß ja. Ja, ich weiß ja, wie ist das? gehen lernen. Du bist ja nicht dran rumpelt. Ja, ich brauch nur, warte, warte, fünf, vier... Aber die Cooldots sind jetzt in der Reihe nachher, da stellen wir sie da schön aus. Ja, sie kriegen mich schon zu oft. Es sind schon zu viele, ich kann nicht mehr alle resisten. Boah, boah, boah. Ich hab schon Zeit zum Wiederbeleben, Alter. 19 Sekunden. Ich wüsste, du hast zwar beschworen, die Rap-Kosten zahlen. Ja, ich bin so arm, bin ich auch nicht. Jetzt hab ich gerade 31 Gold eingesteckt. Ich mein, ich werd 30 davon zum Priester schicken, dass ich mir das Reiten zahlen kann. Ja. Ach, wie der Dotsch, dann drast ich noch mal rumpelt. Soll ich noch mal... Ja. Ja, mach noch mal. Bleiband. Bleiband, wieder zwei. Bleiband, wieder zwei. Oh, ja, wieviel Flügel da flattern bist du. Ja, Mann. Ich weiß, ich hab mir auch mal krachen, ja, du, dann will ich sterben. Und schon, und schon. Die beiden landen da und spawnen in Greifen drinnen. Ja, Mann. Und jetzt irgendwie kommt er voll den schlechten, voll alten PC und dann fliegt er einfach da her und der PC kackt an und er kann nie mehr einloggen. Die nächsten Stunden, bis das die weg sind. Oh, ja, das sind schon ein paar da jetzt. Na, jetzt sterben wieder welche. Oh, ja, nein. Warte mal, bei mir ist gleich wieder ready, fackig. Was ist das machen? Doch, man kann, man kann, glaube ich, nur fliegen, wenn man die Füße, glaube ich, anklicken kommt. Aber, Freunde, ich muss einfach so schnell drücken, dass sie mich gar nicht anchargen und dann... Dann, dann... Ist es chillig. Und chargen sie mich gar nicht an. Wie sind wir so kurz hergekommen? Was willst du, was willst du? Ah, ok, ok, ok. Ich bin tot, was. Ist schon tot, ist schon tot. Alles chillig. Schillen wir wieder. Voll. Na ja, dann ist es so. Fuck. Ja, wir brauchen mehr Hunter, die das machen. Und ich muss den Serverwerten aufrufen, wenn wir machen. Voll. Ja, zwei Sekunden dauert Auto-Hit-Totstand, circa. Das heißt, 15 Hunter braucht es. Dann kannst du in einer schönen Rotation das machen. Alter, wie viel sind denn das wirklich? Ich schaue mir jetzt die hinten ab, weil mein Ding ist gerade ready. Ich muss es machen. Gut. Du bist dran. Boah. Es sind so viel. Mit den Nebenpläern. Ich bin weg, wenn du willst. Du kannst es nicht mehr machen. Ech, schön, noch kurz. Nein, wir machen. Ich will das noch mal machen. Wenn du das mal kurz vorst. Ich will das mal machen. Guck... Das war knapp. Ja, aber gut, haben wir das gemacht. Sondern wirklich viel greifen Oh, ich find's geil, dass du's gehört Ja, voll Das ist eine nette Beschäftigung für zwischendurch Naja, ganz anders Ja, ja Hauptsache, da sieht's da einer